Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute machen wir den Auftrag Tune Up. Begib dich zum Denamin HQ. Autorenfülle gibt es 90 zuhauf, aber nie mit Denamans. Und jetzt bietet er plötzlich eine Entschädigung für Blechschäden an? Stinkt gewaltig. Wenn du mich fragst, so wie ich das sehe, hält ihm irgendeine KI die digitale Knarre an die Schläfe. Und diese Nachricht ist ein kodierter Hilferung. Niemand wirft wegen ein paar Schrammen ein Blech mit Kohle um sich. Geh hin und finde raus, was da los ist. Schlimmstenfalls bist du am Ende ein bisschen reicher. Künstliche Intelligenz begann mit simplen Algorithmen, die unser Leben einfacher machen sollten. Nach einiger Entwicklungszeit konnten manche von ihnen verblüffend gut Menschen simulieren. Mit programmierten Persönlichkeiten, die einem sogar ans Herz wachsen. Zudem wurden mithilten militärische KIs geschaffen, die feindliche Sicherheitsmassnahmen im Netz durchbrechen sollten. Doch dann trat der Netrunner Rach Bartmuss auf den Plan. Und mit ihm der berüchtigte Data-Crash. Bartmuss nahm die Datenfestungen der Konzerne ins Visier. Sein Ziel war es, die darin verborgenen Daten zu stellen und im Netz zu verbreiten. Die Folge war ein ausgewachsener Krieg, der den Cyberspace für alle Zeiten veränderte. Die KIs fingen an zu mutieren und wurden extrem gefährlich. So entstanden die unkontrollierten KIs. All dies zwang die Runner von Netwatch zur Entwicklung der Blackwall, einer ausserordentlich starken künstlichen Intelligenz, die nur eine Aufgabe hatte. Die unkontrollierten KIs aus dem Teil des Netzes auszusperren, der den Data-Crash bisher unbeschadet überstanden hatte. Nach offiziellen Angaben geht niemand hinter die Blackwall. Inoffiziell allerdings, ja, das ist einer Fantasie überlassen. Und Delamain? Wenn Sie all Ihre Sorgen vergessen möchten, dann steigen Sie einfach in ein luxuriöses Delamain-Taxi. Delamain ist das einzige Taxi-Unternehmen in Night City, das von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Und Fahrgästen bei Sicherheit und Komfort einzigartigen Service bietet. Schon Delamains faszinierende Persönlichkeit ist Grund genug, mit seinen Taxis zu fahren. Ausserdem ist er aufgrund seines endlosen Engagements dafür, seine Angebote durch effektives Management und innovative Technologien stetig zu verbessern. Ein ausgezeichnet Geschäftspartner, gespundet von der Delamain Corporation. Ach ja, der Delamain. Den finde ich schon ziemlich nice. Und ja, KIs, schwieriges Thema. Mittlerweile, wow. In 2023 ist das ja gerade ein ziemlich grosses Thema auch. Weiß ich, die KI rasend schnell entwickelt. Zum Beispiel JetTPT. Oder Midjourney und andere. Weiß ich, die KI ist heutzutage in allen Munden. Du weißt, die KI ist heutzutage in allen Munden. Mit einem Bild-Ki, sag ich jetzt mal. Mit einem Bild-Ki, sag ich jetzt mal. Chat-GPT, das eigentlich wie besser als Google ist. Und man alles fragen kann. Und ich habe tausend andere Dinge. mit Face Swapping und Stimmenverzerrern und so weiter und so fort. Also das ist schon ein bisschen beängstigend, wie schnell das im Moment gerade geht. Sorry, da bin ich wieder. Ich hoffe es folgt wieder alles. Irgendwie hat sich da der Sound geändert im Spiel. Sollte hoffentlich alles wieder gut sein. Und da sind wir nun also beim German HQ. Spiel mal weiter, als ob nichts passiert wäre. In der Hoffnung, dass die Aufnahme da nichts eigentlich geändert hat. Speichere mal kurz. Data crash on your ass! You hear me? He'll run you out of biz! Would you be so kind as to give me your lawyers contact information? Fuck you, circ brain! Thank you. Processing data now. Please wait. Okay. Hey. Hey, Del. Hello, Sir or Madam. How can I be of service? Hey, hey! She was not here! What's gotten into you, Del? Don't recognize me? You sent me a message saying I should come in about the accident. You are currently speaking to a Delamay network subroutine. Alas, my operational capabilities are limited. Could you please clearly recite your incident report? Don't give them any numbers. That's how they find you. Who? Of course. Um, 77-111-01096. Incident report on file. Confirmed. 96 at the end. Public enemy. Government target. Your identity has been established. Mrs. Elaine Pagels. What phrase would best describe your experience of incident number 7-7-1-1-1-1-0-1-0-9-6? Mrs. Elaine Pagels? Das bin ich gar nicht. Mrs. Elaine Pagels. What phrase would best describe your experience of incident- Actually a little heartbroken about my damaged ride, but I'd rather talk to the real Delamayne if I can. Vee! My apologies if the receptionist was a bother. I'm preoccupied with the crisis that is ongoing. And I simply cannot oversee everything. I've taken the liberty of transferring a settlement to your account to compensate for the damage done. Bah! Special treatment. Would you mind if we spoke elsewhere? No! Sure, let's talk. Then please, follow the drone. I'm completely aware of the customer service. Please follow the drone. Perhaps a guided tour will prove some for the compensation. This corridor links the shop to the office. Oh, shit! Oh, shit! I'm gonna be. I'm gonna be. I'm gonna be. I'm gonna be. Und hier ist es, wo die Magie passiert. Der Shop ist vollautomatisiert. Ich komme gleich, ich möchte kurz ein bisschen rumschrauben. Wahrscheinlich gibt es nicht allzu viel zu holen. Wenn überhaupt. Ich denke, ich weiß warum. Die Kontrollrunde. Ich bin froh, dass Sie hier haben. Ich bin froh, dass Sie hier hier haben. Ich bin froh, dass Sie hier hier haben. Ich bin froh, dass Sie hier hier haben. Die Kontrollrunde sind für Ganex. Wie gut ist es für Sie? Es gab einen Zeitpunkt, diese Facilität war human-operatet. Ich habe einfach ihre Infrastruktur geholt. Das KI. Das Verhältnis der Allgemeine Angst. Das KI. Sehr viele Arbeitsplätze übernehmen würde. Oder wird. Und ja, Roboter. Sieht man hier zum Beispiel sehr gut. All these lights, what are they for? That's what I wish to discuss with you. A green light denotes a vehicle with which I am in contact. As you can see, that is no longer the case for some vehicles. Those are the red lights. Repair drones can't take care of this? This time I fear, human intervention is required. I'm aware you offer a broad range of services and are unusually discreet. Thus, I'd like you to assist me in recovering my missing vehicles. Why is discretion a concern? Unnoticed, unbothered, right? In my case, broadly tolerated. Yet a marked increase in inspection suggests the authorities have begun monitoring me. Tuck an inch CPD or net watch. The latter. My legal status does not fit neatly within current regulations. If I'm not careful, I could easily be categorized as an illegal immigrant. I'm not careful. I'm not careful. I'll go after your missing wheels. I'm pleased to hear it. I shall send you the coordinates of their last known locations. You must simply deactivate each. I'll then re-establish the link and return them to my garage. See what I can do. Delamaine Vehicles are exceptionally secure. Be sure to have a scanner with decryption capability on your person. now you want to show them much, hey AAP! Astrily out. Wait a second. Let's check to see if again... We've got Uploads and- external rain shortage. Das ist ein ziemlich guter Mann, was mit diesem Lazy. Ich bin ein Dämon! Dann würde ich sagen vielen Dank für diese Info. Wir schauen mal was wir machen können. Danke. Processing Data jetzt. Bitte warte. Was? Chrome & Glove? Danke. Processing Data jetzt. Bitte warte. Hecken 13. Kann ich leider nicht. Dann brauchst du einen Code. Danke. Processing Data jetzt. Bitte warte. Wahrscheinlich findet man hier nichts. Danke. Processing Data jetzt. Bitte warte. Und ob man was in diesen Splitten gefunden hätte? I don't know. Jetzt habe ich die schon aufgenommen. Natürlich weiss ich nicht mehr welche neu sind. Sonstiges? Notizen. 好. Und nach? about Das war, glaube ich, eins. Ziemlich lang lässt es sich jetzt nicht durch. Das auch. Dann wäre es ja Notizen oder irgendwie sowas. Schade. Vielleicht erfahren wir diesen Code später noch. Da braucht man 17. Na ja, gut. Stellt die Verbindung zwischen Delamain und seinen zersplitterten Persönlichkeiten wieder her. Bei der Karte wird etwas lange gezeigt. Jetzt kann man drei Kilometer. Das muss mit diesem Auto eigentlich ziemlich schnell und machbar sein. Sehr komisch. Eigentlich sieht man ja oben rechts, die MPS sind... Kein Problem. Okay, ich glaube, ich muss... ...das hat wieder rausnehmen. Irgendwie... Wohin waren die FPS besser. Den Grafik habe ich nicht gesehen. Ja, ich muss den Mod, glaube ich, wieder rausnehmen. Ich muss ein bisschen so... ...wird das vorhin testen sollen. Vorher waren die FPS besser. Besser gesagt, die FPS sind ja gut. Ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie... ...gült dem Rucker drin. Wird da? Ja. 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 Ich bin mir sicher. Ah, da. Ich habe mich zehnmal da rumgefahren. aber ich habe das Auto gar nicht gesehen ok, langsam und nichts äh, Ramon Zombie versuche ich das mal Entschuldigung Hm. Enough. I need a moment to calm down. All right. Okay. Now, we certainly can't stay here. Keep driving. Okay, wir müssen uns langsam zu fahren. Damit wir nicht nochmals anhalten müssen. Wir sind jetzt um die 40. Damit scheint er wohl kein Problem zu haben. Jetzt müssen wir hier leider kurz mal auf die andere Seite. Irgendwie. So. Natürlich ist extra viel Verkehr. Muss ja so sein. So. 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 All right, gleich sind wir da. Finally, oh, I shan't be alone here. See? Wasn't so bad. It was horrifying, but still, I thank you. Sorry. Sincere, thanks for your assistance, V. I've taken the liberty to send you a share of your fee. Oh, he's so good. Nice. Nice. Pistrophe North Oak. Eins von sieben Fahrzeugen. So, haben wir jetzt schon das nächste ausgelegt? Okay, wir haben das nächste. Sieben Fahrzeuge. Okay. Ja, gut. Gut. Und Fahrzeug klauen kann ich nicht, da gerade die Polizei hier ist. Und Fahrzeug rufen auch nicht. Okay, ich glaube... Oh. Ich nehme die Hard-Mod wieder raus. Okay. So, wie funktioniert das nicht ganz so wie geplant? Und jetzt? Wie ist denn los? Wie ist denn los? Wie ist denn los? Schade eigentlich. Okay, 700 Meter, ich würde sagen, das war's jetzt mal wieder von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Mehr Raid of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.